Hallo liebe Leute, ich melde mich heute aus St. Pölten. Also keine lange Rennradtour liegt hinter mir, sondern ein kürzer paar hundert Meter Trip mit meinem Stadtrat. Denn hier, der Rathausplatz St. Pölten, liegt ganz nah entfernt von der Subtour Niederösterreich, wo ich ja auch wohne. Hinter mir seht ihr das Rathaus von St. Pölten, das auch eine wichtige evangelische Geschichte hat. Denn im 16. Jahrhundert war der Rat der Stadt rein evangelisch und als Gegengewicht gegen die vielen katholischen Kirchtürme wurde dieser Rathausturm erbaut. Also auch ein, dass auch die Evangelischen ein Monument in der Stadt haben. Ihr seht etwas Besonderes. Es ist dieses Jahr zum ersten Mal an dem Rathausturm in St. Pölten angebracht, nämlich die Regenbogenfahne. Es ist ja Juni und das ist der sogenannte Pride Month. Dieser Monat erinnert an die Unruhen in New York vor 51 Jahren. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 gab es bei dem Lokal Stonewall Inn den Versuch der Polizei, die insbesondere Schwulen, die dort zu Besuch waren und die dort Gäste waren, einzuschüchtern durch eine Razzia. Aber es hat dann leider zu tagelangen Unruhen geführt. Infolgedessen ist das sogenannte Gay Pride Movement erstanden. Also die Bewegung, die gleiche Rechte für LGBTQI-Sternchen-Menschen möchte. Warum sage ich das und wieso ist das ein kirchliches Thema? Na gut, eine nur Nachfrage, weil kein Thema die Kirche in den letzten Jahren mehr beschäftigt und mehr zu Diskussionen angeredet hat als das. Aber ich gehe es ein bisschen anders an. In diesem Jahr war der Juni ja auch geprägt durch den Tod von George Floyd und dem Wiederauflammen des Black Lives Matter Movements in den USA und überall sonst. Drei Dinge möchte ich zu Black Lives Matter und der LGBTQI Pride sagen, die zusammengehören und die in ihrer Weise etwas auch für die Kirche zu sagen haben. Das Erste, es wird immer eingewandt. Es soll nicht Black Lives Matter heißen, sondern All Lives Matter. Oder warum hängt denn da jetzt eine Fahne für LGBTQI-Menschen und nicht für alle Menschen? Nun ja, es liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich sage es gerne trotzdem noch einmal. Natürlich sind alle Leben wichtig und natürlich ist die sexuelle Orientierung von allen Menschen wichtig. Aber es ist nun mal so, dass die Hautfarbe von weißen Menschen kein Grund für Ausgrenzung ist in den allermeisten Fällen und die heterosexuelle Orientierung auch nicht. Deshalb muss man eben immer wieder genau dorthin schauen, wo es ein Problem gibt. Deshalb sagen wir Black Lives Matter und deshalb hängt auch an dem Rathaus in St. Pölten die Regenbogenpfanne. Als Zeichen, man schaut dorthin, wo es noch nicht klar ist, dass alles wichtig ist. Denn solange das Leben von schwarzen Menschen nicht wichtig ist, ist nicht das Leben aller Menschen wichtig. Und solange die sexuelle Orientierung von LGBTQI-Menschen nicht okay ist, sind sexuelle Orientierungen nicht okay. Das ist das Erste und ich denke, das müssen wir auch in der Kirche klarbekommen. In Verbindung damit das Zweite. Es gibt ja eine große Entwicklung in der Kirche, dass immer mehr Randgruppen und Minderheiten akzeptiert werden und das ist gut so. Aber die Aufgabe kann nicht sein, dass man eine Minderheit gut findet und die anderen dann nicht. Und natürlich ist es eine schwierige Aufgabe, aber es ist ja extrem unlogisch, wenn man für Flüchtlinge ist, aber gegen LGBT Menschen. Also wenn man für die Inklusion aller Menschen ist, dann ist man eben für die Inklusion aller Menschen. Und Leute, die eine Regenbogenfahne tragen, sollen natürlich auch sagen Black Lives Matter. Jemand, der so eine Fahne trägt, kann eigentlich logischerweise kein Antisemit sein oder kein Antiziganist oder sonst irgendwas. Also das bitte irgendwie klarbekommen, es geht nur alles. Dass das schwierig ist und dass es eine Entwicklung braucht, ist klar. Aber zu sagen, ja das eine ist okay, die einen sind okay, aber die anderen nicht, das funktioniert einfach so nicht. Und das Dritte, was glaube ich ein großes Missverständnis ist. In der Kirche und an vielen anderen Stellen auch. Minderheiten, auch LGBT, brauchen kein Mitleid. Wir sind kein Thema der Seelsorge, sondern wir sind ein Thema der Beteiligung, wie alle anderen Menschen auch. Es wird dann gerne versucht zu sagen, naja wir müssen eh respektvoll sein gegenüber den LGBT-Leuten. Aber was wollen die jetzt eigentlich noch mehr? Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt. Es war nie ein Problem, dass ich als LGBT-Christ bin. Es war kein Problem, dass ich schwuler Pfarrer bin. Aber als ich schwuler Superintendent war, da sind dann auf einmal die Gegenbewegungen stark geworden. Und das ist auch ein allgemeines Thema in der Kirche. Die Aufgabe ist, es entscheidet sich immer daran, wie ernst wir es meinen mit Inklusion, wenn es darum geht, ob Leute auch wirklich beteiligt sind auf allen Ebenen der Kirche. Und ich glaube, hier hat die Kirche zum Beispiel auch ein Problem in der Frauenfrage. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass Frauen Pfarrerinnen sind, aber in der Leitung der Kirche ist immer noch die Mehrheit der Männer so exorbitant, dass es fast zum Schämen ist. Also, das bitte auch noch mal durchdenken. Es geht nicht darum, dass man den armen Schwarzen, den armen Schwulen, Lesben, Bi und Trans bei ihrem Leben hilft. Darin geht es überhaupt nicht. Sondern haben sie einen gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft und auch in unserer Kirche. Also, eine lange Rede, drei kurze Sinne. Wir sagen Black Lives Matter, wir feiern LGBTQI Pride, weil das Leben und die Liebe von allen Menschen wichtig ist. Aber es ist noch nicht realisiert, weil manche Menschen eben noch nicht das gleiche Recht auf Leben haben und das gleiche Recht auf Liebe. Deshalb heben wir das hervor. Das Zweite, es gibt keine selektive Akzeptanz. Du kannst nicht für Flüchtlinge sein, aber ein Antisemit. Das funktioniert nicht. Und das Dritte, es geht nicht um Mitleid, sondern um Beteiligung. Vielleicht ist es besonders schwer, das auszuhalten, dass auch Frauen, Schwarze, Schwule, Lesben, Bi und Trans Menschen einen Anteil haben wollen. Nicht nur an der Gesellschaft insgesamt, sondern auch daran, Entscheidungen mitzutreffen. Also, da sind wir mitsammen am Weg. Ich weiß, dass es ganz viele Verbündete gibt. Machen wir weiter. Wir dürfen nicht müde werden, weil die Gegenbewegungen ja auch sehr stark sind, die etwas anders wollen. Aber vielleicht versteht auch ihr, wenn ihr das seht und ganz anderer Meinung seid jetzt zumindest, worum es mir geht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.